711, hätte gerne mal eine Lagerbeschreibung, wie geht es da vorne raus, kommen wir? Ja, 711, hinter dem Abschlepper haben sich jetzt so fünf, sechs Autos positioniert, die werden aber sicherlich dann den Überweg frei halten, wenn ich da ankommen. Sehr schön, zum Fußbegleiter raus schicken, Fahrt sich an. 1180 für Straßenbahn. 1,2K 3,2K 1,2K 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Straßenbahn 711 kommen. 711, komm. 711, im Bereich des Überwegs bitte mal auf den Abschlepper da achten und wenn du da hinten abbiegen möchtest, da gibt es gerade anscheinend ein paar koordinatorische Problemchen. Achte jetzt bitte auf den Abschlepper. Ja, verstanden, da werde ich drauf achten. Straßenbahn 499, komm. Sag mal bitte den 711, der Möge mal bitte Hohenfelsmitte stehen bleiben, hier kommt ein Abschleppdienst zurück. 711, nicht gehört und bitte dann erstmal stehen bleiben. Ja, 711, bleibe Hohenfelsmitte. Stopp. Ja. 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 Soll ich mich bereitstellen? 2625 höre. Ja, 2625. Frage, soll ich schon mal rumfahren und mich bereitstellen? Nein. Ja, du kannst in die Abfahrt fahren. Geht los. Richtig. 711. Der Abschlepper hat passiert. Ich setze die Fahrt fahren. Richtig 711. Ja, 711. Hinter dem Abschlepper haben sich jetzt so fünf, sechs Autos positioniert. Die werden aber sicherlich dann den Überweg frei halten, wenn ich da ankomme. Komm an. Sehr schön, zum Notbegleiter raus schicken, Fahrt sichern. Hinter. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Ich muss. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.